Ich lerne Deutsch. Nummer 4516 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Heute führe ich hier die monatliche Systemwartung durch. Heute führe ich hier die monatliche Systemwartung durch. Ich bin bereit für das nächste Training. Was machen wir heute? Ich bin bereit für das nächste Training. Was machen wir heute? Rücken- oder Krafttraining? Ich bin bereit für das nächste Training. Was machen wir heute? Ich arbeite hart, gönne mir aber auch regelmäßig eine Auszeit mit ein bisschen Luxus. Ich arbeite hart, gönne mir aber auch regelmäßig eine Auszeit mit ein bisschen Luxus. Ich werde es mir gleich genauer ansehen, aber ich glaube nicht, dass es mir gefällt. Ich bin jetzt im dritten Stock mit den Plänen. Kannst du zu mir kommen? Ich bin jetzt im dritten Stock mit den Plänen. Kannst du zu mir kommen? Dank des alten Plattenspielers kann ich heute noch Schallplatten hören. Dank des alten Plattenspielers kann ich heute noch Schallplatten hören. Dank des alten Plattenspielers kann ich heute noch Schallplatten hören. An unserem Platz am See geht Robert plötzlich auf die Knie. Damit habe ich nicht gerechnet. Meine kleine Schwester ist nicht auf dem Foto. Meine kleine Schwester ist nicht auf dem Foto. Im Kindergarten haben wir uns verschiedene Pflanzen angeschaut. Im Kindergarten haben wir uns verschiedene Pflanzen angeschaut. Wir erwarten unser erstes Kind. Der Geburtstermin ist im Dezember. Wir erwarten unser erstes Kind. Der Geburtstermin ist im Dezember. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann gibt es noch Schallplatten. Untertitelung des ZDF, 2020